Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch und zur vierten Folge von Loki, die da heißt der Nexus-Vorfall. Ich bin mal wieder nicht allein, ich habe den Patrick wieder bei mir, mein Kompanion, servus Patrick. Hi, heute in der geimpften Variante. Und der Olli haben wir heute als Gast. Servus Olli. Hallo. Bist du auch in der geimpften Variante heute hier? Nee, ich bin von der Hauptzeitlinie, passt. Und natürlich den Menschen, der so schwäbisch ist, dass er bis vor einem Monat nicht wusste, was ein franko-belgischer Comic ist. Der Sam. Das musstest du jetzt einst. Servus. Ja, ich kannte franko-belgische Comics, aber ich wusste diesen Ausdruck nicht. So, nur zur Info für die Zuhörer. Genau, also wir machen es so wie immer. Erstmal vorab frage ich euch, wie ihr diese Folge an sich fandet, ohne speziell auf irgendeine Szene einzugehen. Und ich muss vorhin natürlich auch noch eine Spoiler-Warnung raushauen. Wir sind hier der Recap von dieser Serie. Wir spoilern natürlich ein Knüppelart. Das heißt, erst die Folge anschauen, dann unsere Folge oder unseren Recap anhören. Genau. Und da wir immer mit dem Gast anfangen, Olli, dann sag mal kurz, wie fandest du diese Folge? Genial. Also ganz ehrlich, diese Folge hat mich zu Loki zurückgebracht, ja. Okay, schön kurz und bündig oder knapp. Patrick, wie sieht's denn bei dir aus? Ich fand's bisher auch die beste Folge, auch wenn sie sich nach wie vor so ein bisschen in Unstimmigkeiten verstricken. Also das hat auch noch nicht aufgehört. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Da bin ich bei dir. Ich fand sie auch stark, vor allem, weil sie sehr schön ausgeglichen ist. Also man kriegt viel Erklärung, was aber eigentlich hier wieder nicht stört, weil auch die Action nicht zu kurz kommt, wo man braucht. Braucht man jetzt? Ja, brauchen ist, muss man Action dran haben, weiß man nicht. Aber ich fand's, das ist schön ausgeglichen in dieser Folge. Von daher finde ich es tatsächlich auch eins der stärkeren Folgen bisher. Fangen wir an mit der ersten Szene. Wir sehen einen Flug über Asgard bis zu einem Vorplatz vom Schloss, würde ich mal sagen, oder so eine kleine Treppe. Da sieht man ein kleines Mädchen, eine Loki-Variante spielen mit einem Drachen und einer Walküre-Figur. Und hinter ihr öffnet sich ein Portal und man sieht durch dieses Portal TVA-Agenten hindurchschreiten und nehmen diese Kleine erstmal fest und setzen deren Realität zurück. Ja, bei dem Drachen kann man fast davon ausgehen, dass es der Mitzgard-Drache war, würde ich sagen. Sonst kennt man dann nicht so viel anderes aus der nordischen Mythologie. Und die Darstellerin der jungen Lady Loki, die kennen wir auch, die hat bei Star Wars Episode 7 und 9, hat die die junge Raid gespielt und bei The Walking Dead spielt die Judith Grimes. Also das ist keine Unbekannte. Genau, es geht dann weiter. Nachdem sie durch dieses kleinen Portal sind, landen sie natürlich bei der TVA, klar. Und hier muss die kleine Lady Loki, oder wie sie ja später sich selber nennt, Sylvie, sich der ganzen Prozedur stellen, wie auch Loki schon in der, war es gleich, doch, es war gleich in der ersten Folge, wo sie, wo er ja durch diese ganzen, hier unterschreiben sie für die Worte, die sie bis jetzt alle gesagt haben oder durch diese diese Lichtschranke, nee, Lichtschranke, dieses Ding, wo sie gescannt wird, ob es ein Roboter ist. Ja, schönes Foreshadowing übrigens wieder, das mit dem Roboter-Scanner. Ja, sie macht das Prozedere durch, dass jede Variante durchmacht. Wobei, da frage ich mich mittlerweile auch, wenn die Varianten so gefährlich sind, wieso werden die nicht direkt ausgelöscht, sondern werden erstmal zur TVA hin verschleppt, wo sie unter Umständen noch fliehen können. Das ist jetzt in den vier Folgen bisher schon zum dritten Mal passiert. Also ist dieses Verfahren nicht ganz zuverlässig, würde ich sagen. Ja, das habe ich mich tatsächlich auch schon gefragt. Warum löschen sie das ja nicht direkt aus, wenn es eine Variante ist, wo irgendwie was heraufbeschwören könnte oder was zerstören könnte. Meine Vermutung war jetzt so letztendlich, vielleicht wollen sie, wenn sie wissen oder merken, dass sie beeinflussbar sind oder noch, wie sagt man, umstellbar sind, dass sie die vielleicht als TVA-Agenten, weil wir wissen ja mittlerweile, alle TVA-Agenten sind ja Varianten. Ja. Vielleicht wollen sie die umprogrammieren zu Agenten von dieser TVA. Ist ja, wenn man so will, mit Loki auch passiert, dass man es versucht hat. Also da haben wir den Prozess gesehen und jetzt kann man ja annehmen, dass das halt mit Sylvie auch passieren sollte, ja. Richtig. So, da wir jetzt schön am Anfang schon die TVA und die Lady Loki bzw. Sylvie Lasten erwähnt haben, also Sylvie, sollen wir dann auf unseren Community-Beitrag eingehen, den wir hier gestellt bekommen haben. Wir haben nämlich eine Frage bekommen. Zwei Fragen. Oder beziehungsweise zwei Fragen, genau. Zum einen wurde gefragt, wie das Verhältnis von Sylvie zu den Comics und zu der Serie ist. Patrick? Also Sylvie ist eigentlich als normaler Teenager aufgewachsen, bis die Super-Händfähigkeiten an sich entdeckt hat. Und dann ist rausgekommen, dass sie von Loki quasi erschaffen wurde, ähnlich wie Wiccan und Speed von Wanda Maximoff. Auch ein ähnliches Verfahren. Und sie wird dann später zu Enchantress. Hier haben wir halt so einen Hybrid bekommen. So ein bisschen aus Lady Loki und Sylvie Lasten. Die Marvel-Filme orientieren sich da immer so ein bisschen lose, picken sich die Rosinen raus und machen es eben deutlich einfacher, eben wie auch unsere TVA. Ja, genau. In der Serie haben sie einfach aus zwei Personen aus den Comics eine gemacht. Ja, also wenn ich das jetzt mal als Außenstehender kommentieren dürfte, wäre das natürlich, hier ist es halt einfach nur eine parallele Version von Loki. Also es ist eine weibliche Version. Sie heißt ja eigentlich auch Sylvie Lofi-Dottir, also Tochter von Lofi. Genau. Insofern würde ich gar nicht so weit gehen zu sagen, sie ist ein Konglomerat aus der und der Figur. Das mag sein, dass Traits von ihr in ihr drin sind, also Verhaltensmerkmal oder so. Aber sie ist jetzt nicht als Mischcharakter ausgelegt, sondern einfach nur eine Version aus einem Paralleluniversum. Richtig. Das Interessante ist halt, warum sie gerade diesen Namen Sylvie in der Serie wählt, wenn man weiß als Comic-Nerd oder als Fan von den Marvel Comics, wer Sylvie in den Comics ist. Deswegen den Vergleich zu den Comics. Ja, ja, ja. Der Name hat aber auch nicht nur dahingehend eine Bedeutung, sondern dass sie sich mit diesen Namen auch ein bisschen von Loki emanzipiert. Also dass man dann nicht immer Loki und Loki sagen kann, sondern Sylvie und Loki, dass das, obwohl es eine Variante ist, dann doch ein eigenständiger Charakter ist. Ja, tatsächlich. Das macht auch bei der Besprechung vieles einfacher, als wenn man die ganze Zeit sagen würde, Loki sprach zu Loki und dann macht das schon ziemlich, was sagt Loki. Weiblicher Loki, männlicher Loki. Obwohl, das Fass werden wir wahrscheinlich noch aufmachen. Ja, genau. Ja, die bedenken, dass ich nur lächerlich kicher. Nein. Genau, TVA hast du ja auch schon angeschnitten. TVAs sind im Comic, ist es eine Organisation, wie hier auch. Allerdings wird es in den Comics nicht von den Time-Hütern bewacht, beziehungsweise nicht gleich von Anfang an, sondern erst viel, viel später. Die kommen dann erst dazu. Am Anfang ist es eine ganz normale Organisation, die auch einen Direktor hat und der heißt übrigens Herr Alternative. Also und erst, ich glaube, 1000 Jahre später kommen dann erst die Zeitwächter auf den Schirm, wo diese TVA dann übernehmen und als Wächter wirklich fungieren. In den Comics sind es übrigens nicht drei. Also am Anfang sind es schon drei, aber dann kommt auch der vierte hinzu. Das ist Immortes. Und Immortes müssten eigentlich den Comic-Lesern auch ein Begriff sein, weil Immortes ist ein AKA von Kang. Soweit dazu. Genau. Diese Hintergrundgeschichte zu der TVA, die ist so komplex, da könntest du im Prinzip einen 90-minütigen Film drumrum stricken. Hier merken wir halt wirklich, wie autoritär die sind. Die wollen direkt ein Kind ein bisschen, äh, nicht ein bisschen umbringen, ein Kind umbringen, weil das ein bisschen von der Zeitlinie abweicht. Wir wissen nicht wieso, außer dass sie weiblich ist, aber ich sehe das jetzt nicht als großartigen Grund an. Ich meine, wenn sogar Rhodes, nee, Rhodes wurde damals schief angesehen, als er gesagt hat, komm, lass uns in die Vergangenheit reisen und Bibi Hitler oben bringen. Und die wollen eben mal so ein Kind auslöschen. Dachte ich, ja, okay, einfacher kannst du jetzt echt nicht zeigen. Das sind die Bösen. Die sind dir, die muss Luke hier zur Strecke bringen. Richtig, richtig. Gut, soweit zur Erklärung von TVA und Sylvie, würde ich sagen, gehen wir weiter in unserem Programm, in unserer Folge hier. Wir sehen nämlich dann die kleine Lady Loki, oder ich sag Sylvie in dem Fall, vor Gericht stehen und man erkennt dann auch gleich, wer sie festgenommen hat. Das ist nämlich eine junge Renslayer. Und durch einen Tritt, einen schönen Tritt auf den Fuß, stiehlt sie, der Renslayer, dieses tempert und flüchtet dann durch ein Portal. Also sie wird praktisch nicht, wie sagt man, festgenommen, eingesperrt oder irgendwie. Sie wird nicht gestutzt, wie die es nennen. Genau, nicht gestutzt, sondern verschwindet halt irgendwo in der Zeit und wächst dann halt, ja, in verschiedenen Zeitebenen auf. Entweder ist die junge Sylvie auch schon technisch sehr begabt oder diese Tempets sind sehr intuitiv. Ich meine, man hat ja eine Folge vor, schon gesehen, wie die Tempets so aufgebaut sind und das ist jetzt also Gameboy. Ja, aber dafür, dass das so ein gefährliches Werkzeug ist, nicht irgendwie noch so eine Diebstahlsicherung oder sonst was. Nein, du reißt das jemanden aus der Hand und kannst da in den Zeitebenen noch umspringen. Cool. Kein Wunder, dass die Nexus-Vorfälle so gehäuft vorkommen. Mich würde mal interessieren, wann sie gemerkt hat, dass das Ding Batterie hat und aufgeladen werden muss. Haben die in der Zukunft keine Solarbatterien? Mann, Mann, Mann. Das hatten wir ja in der Folge vorher auch schon, das Gespräch. Auf der Suche nach dem Ladekabel, die letzte Folge. Ja, tatsächlich. Gut, dann macht es einen Sprung in die Gegenwart. Wir sehen Renslayer, wie sie vor den Timekeeper oder Zeithüter steht und sich rechtfertigen muss. Also man hört kein Gespräch. Man sieht ihr nur an, dass sie so aufgeregt ist oder so ein bisschen schiss hat. So wie wir, wenn wir vom Schuldirektor, wenn wir irgendwas angestellt haben, so ungefähr, guckt sie. Und hier sieht man tatsächlich zum ersten Mal die Zeithüter richtig. Also nicht nur Skulpturen oder auf dem Poster oder so, sondern man sieht sie in echt. Nur kurz angedeutet, am Schluss sehen wir sie richtig. Ja. Aber ja, sogar unsere Renslayer ist sichtlich eingeschüchtert. Genau. Ja, dann ist Intro. Das müssen wir, glaube ich, nicht erwähnen. Das ist immer noch schön kurz gehalten. Oh Mann. Und gleich danach sehen wir dann Mobius, wie er vor dem Fahrstuhl wartet auf Renslayer. Und als sie rauskommt, fängt er direkt ein Gespräch mit ihr an über die Varianten und was die Zeithüter jetzt dazu gemeint haben, wie es jetzt weitergehen soll. Und auch über dieses Vorkommnis, dass sich die Nexus, so wie wir jetzt gelernt haben, diese Abspaltung vom Hauptzeitschrank. Dabei ist er auch so unterwürfig wie Loki zu Mobius, wenn er irgendwas von ihm will. War er wirklich so unterwürfig? Ich meine, ihr gegenüber ist er ja trotzdem immer noch ziemlich fordernd. Es ist eher beim, wenn es um die Zeithüter geht, dass er da vorsichtig wird. Aber ihr gegenüber ist er doch schon relativ offen. Nicht immer. Manchmal geht er auch auf Kuschelkurs. Und das sehen wir in der Folge ein paar Mal. Wenn er was haben will, ja. Richtig, richtig. Das meinte ich wie Loki. Ja, richtig. Er erkundet sich auf jeden Fall noch nach C20 und möchte halt wissen, wie es ihr geht oder ob er sie sehen könnte oder auch mit ihr sprechen kann. Und da erfährt er dann, dass sie tot ist. Also, dass sie wohl durchgedreht wäre und dann, wie sage ich das jetzt, das Zeitliche gesegnet hat? Also, ja, sie sagt ja nicht direkt, dass sie gecancelt wurde. Also, wie sagt man, neutralisiert wurde. Sondern sie sagte nur, sie ist tot. Was schon krass ist, weil man sowas sonst in der Serie wahrscheinlich gesehen hätte. Wenn irgendwie nochmal ein Aufruhr kommt oder so. Hier wird da einfach nur, ja, erzählt. Das lässt. Also, auf einen gewissen Grund. Und, ja, das lässt auch Mobius, glaube ich, so ein bisschen zweifeln. Da sind schon mal die ersten Zweifel gesät. Und die Zweifel werden in der Folge ziemlich verstärkt. Ich finde sogar, das war eine ziemliche Mobius-Folge. Also, die Person, die in dieser Folge am besten charakterisiert wurde mit den inneren Zwiespalten und allem. Das war Mobius. Also, das war fast eine reine Mobius-Folge. Aber auch die anderen Charaktere kamen nicht zu kurz. Das war ja dieser schöne, schmale Grat, den sie da gewandert sind. Was sie in der letzten Folge irgendwie ausgespart haben, das haben sie hier jetzt alles reingedübelt, dass man denkt, okay, ihr hättet das auch gerne auf zwei Folgen verteilen können. Selbst so ein Nebencharakter wie B-15 kriegt hier sehr viel Charakterentwicklung, finde ich. Ja. Mobius meint auf jeden Fall, dass er die Situation nicht ganz versteht. Weil als er sie noch angetroffen hat, war sie, ich sag mal, normal in seinen Augen. Also, außer, dass sie halt so ein bisschen verstört war mit diesem, es war alles echt und sie hat es gesehen. War sie aber dennoch ansprechbar und normal. Deswegen versteht er diese schnelle, diesen schnellen Absturz von ihr, versteht er. Das kann er nicht nachvollziehen. Nee, sie war ein bisschen verstört. Aber das war es auch. Das ist, ich würde sagen, das was Geiseln durchgemacht haben nach einer Geiselnahme, so diesen Grad an Verstörung hatte sie. Aber nichts, wo du denkst, oh, die Arme ist jetzt auf Lebenszeit traumatisiert oder dreht jetzt durch. Nee. Richtig. Ja, und dann gibt es einen Schnitt nach Lamentis. Hier sehen wir unsere Sylvie auf einem Stein sitzen vor einem See. Und im Hintergrund ist immer noch diese Katastrophe, also extrem, also sie wird halt extremer. Man sieht, die Zerstörung geht immer mehr zu. Und sie sitzt halt jetzt nachdenklich auf diesen Stein, weil sie wahrscheinlich schon mit sich mehr oder weniger abgeschlossen hat, weil sie jetzt keinen Ausweg mehr sieht. Und Loki kommt zu ihr und entschuldigt sich erst mal. Da kommt dann auch der interessante Satz, dass sie sagt, dass sie von diesen Nexus-Vorfällen, egal wo sie hinten ist, dieser Nexus-Vorfall, hat sie verfolgt. Und deswegen hat sie sich immer in diesen Apokalypsen versteckt. Sie sagt sogar, das Universum will sich losreißen, also manifestiert sich Chaos. Die Folge hat auch einige schöne Sätze, nicht nur die sich Loki und Mobius an den Kopf knallen, sondern auch, was diese Zeitlinien und so angeht. Ich frage mich halt wirklich, und da ist die Serie uns eine Antwort schuldig. Was war denn nicht so schlimm an Sylvie, dass das einen mehreren Nexus ausgelöst hat? Naja, sie sucht ja in sich selber die Schuld. Also natürlich ist das nicht die Schuld, warum sie letztendlich festgenommen wird. Aber sie sagt ja, das Universum möchte sich losreißen. Und deswegen manifestiert das Chaos. Und das Chaos wurde in diesem Sinne mit ihrer Geburt manifestiert. Und dadurch kam die TVE auf sie und stahl ihr das Leben, sagt sie ja in dem Moment. Und sie, wie ich schon gesagt habe, sie sucht in sich selber die Schuld, dass sie praktisch, oder dass die Welt von ihr ausgelöscht worden ist, dass sie mit ihrer Geburt das Chaos hervorbeschworen hat. Aber ich denke, die große Antwort dazu kriegen wir dann in der nächsten Folge. Weil, das können wir ja schon mal sagen, ihr habt die Folge ja gesehen, da wird es sich wahrscheinlich dann schwerpunktmäßig um Sylvie drehen. Da werden wir dann wirklich das gesamte Hintergrundwissen zu ihr erfahren. Ja, denke ich auch. Als nächstes sehen wir dann wieder in der TVE, wie sie nach den zwei suchen, also nach Loki und Sylvie. Jetzt haben wir den Fall, wo es sich schön trifft, dass sie Sylvie genannt wird und nicht Loki. Und B15 erkundigt sich nach C20 und möchte auch unbedingt die Lokis finden. Also man merkt schon, dass sie sehr aufgeregt ist, weil sie halt unbedingt Sylvie wieder finden möchte. Oder hattet ihr da einen anderen Eindruck? Ja, weil sie natürlich jetzt auch irgendwie ja so ein bisschen aufgeweckt wurde, wenn man so will. Also irgendwie stimmt da irgendwas nicht und sie will es natürlich durch C20 irgendwie nochmal hinterfragen, ja. Ich finde das auch schön, dass sich das irgendwie unterschwellig durch B15 dann so manifestiert, also dass sie im Prinzip zum Auslöser für so eine ganze Unruhe in der TVE wird. Ja, richtig. Man merkt halt ziemlich stark, dass sie seit diesem Vorfall in diesem Kaufhaus extrem nervös oder auch nachdenklich geworden ist, weil vorher war sie so beherrschend und cool, wie sie ja mit dem Loki umgegangen ist hier, wo sie ihn gefangen genommen hat und so. Da war sie richtig cool und abgeklärt und so. Und jetzt merkt man schon, dass sie sehr nervös wirkt und verwirrt und ja, einfach so ein bisschen ängstlich vielleicht noch sogar. Das hat man in den letzten Folgen auch schon ansatzweise immer gemerkt, dass sie da immer so sekundenmäßig die Fassung verloren hat und sich dann wieder aufgerafft hat. Du hast schon gemerkt, dass bei der die Fassade gebröckelt ist, aber jetzt in der Folge reißen sie die Fassade komplett ein. Gut, dann machen wir einen Sprung wieder zurück nach Lamentis. Da sehen wir dann wieder Sylvie und Loki. Und Sylvie sagt jetzt einen schönen Satz. Und zwar meinst du, ein Loki macht uns zu einem Loki, weil wir bestimmt sind zu verlieren. Wo Loki das ja verneint und meint nur, Lokis sind dazu bestimmt, dass sie nie sterben. Also wir werden zwar oft geschlagen, aber wir sterben nicht. Das sagt der, der ein paar Mal gestorben ist mittlerweile, ja. Trau keinem Loki. Ja, und dieser Satz tut ja was mit Sylvie. Richtig, es regt sich was in die Hand. Oh Gott, das hört sich falsch an, aber ja. Aber ja, wir wissen alle, was wir damit meinen. Also man merkt, dass gefühlsmäßig dann schon zwischen den zwei es funkt, würde ich fast sagen. Ja, also ich würde sagen, bei Sylvie ist es nicht ganz das. Bei Loki kann man es schon feststellen. Aber bei Sylvie ist es irgendwie plötzlich nochmal so die Idee, dass da vielleicht doch noch Hoffnung sein könnte. Ich meine, der Himmel ist überdeckt von einem riesigen Asteroiden. Und trotzdem führt das ja zu der Tat, die sie jetzt dann vollzieht, die du jetzt wahrscheinlich gleich beschreibst. Du, jetzt hast du mich rausgemacht. Also ich hätte jetzt gesagt, man durch die Zuneigung zueinander löst sich halt von dem Hauptzeitstrang wieder so ein Nexus ab. Aber der geht halt extrem steil. Und darauf wird die TVA aufmerksam. Ja, genau. Also es ist ja visualisiert schon durch das Handauflegen. Also sie berührt ihn ja am Unterarm. Und das löst halt einen fast 90 Grad Winkel aufsteigenden Abzweigung aus dann auf diesem Graphen bei der TVA. Genau. Und Mobius macht ja da noch die Andeutung, haben sie schon mal so eine Abzweigung von diesem Hauptstrang gesehen. Also so einen extremen Abzweig. Also das scheint wohl nicht so oft vorzukommen bis gar nicht vorzukommen. Ich habe da zu dem Zeitpunkt dann übrigens eine interessante Theorie bekommen. Am Ende der zweiten Folge sah es doch fast schon so aus, als hätte dieser Nexus-Vorfall dafür gesorgt, dass Sylvie so ein bisschen die Multiversen auslöst. Was ist, wenn Sylvie uns als Hüterin der Multiversen dann am Schluss erhalten bleibt? Ach, fände ich eine nette Idee. Ja, auf jeden Fall. Weil im Prinzip löst sie das aus. Vielleicht ist sie dann eine der Hüterinnen und einer der Zeitwächter, sagt dann später, du bist ein von uns. Genau, das kommt aber eigentlich ziemlich spät erst in der Folge. Aber ja, du hast recht. Um ihm das hier zu zeigen, klar, müssen wir da drauf eingehen, richtig. Jedenfalls anhand dieser Abspaltung von diesem Hauptzeitstrang wird die TVA auf sie aufmerksam. Und kurz bevor sie sterben, bevor der ganze Mond oder dieser Planet, auf dem sie sich befinden, zerstückelt wird, werden sie oder erscheinen zwei Portale und sie werden verhaftet. Dann im Verhörraum, also Loki wird ja dann von Mobius in diesem Time Theater abgeführt. Das ist wahrscheinlich so eine Art Verhörraum. Und ja, er fragt ja, was bin ich dann, Gott, der Selbstsabotage? Und das finde ich jetzt schön. Mobius sagt einfach nur, nein, du bist einfach nur ein Arschloch und ein schlechter Freund. Und dann will Loki noch was sagen. Die wollen ihn schon in dieses Portal schmeißen. Und dann sagt Mobius, komm, gönn in diese Betrügerei unter Betrügern. Wo ich dachte, ja, okay, die Dialogschreiber in der Folge, die sind gut. Also die bringen mit wenigen Sätzen die Beziehung von Mobius und Loki und zwischen Sylvie und Loki so dermaßen auf den Punkt, dass das wirklich schöne, pointierte Dialoge sind. Genau. Und Loki sagt ja, wie du schon sagst, noch kurz bevor er dann in dieses Portal geschmissen wird, dass die TVA ihn belügt. Ja. Und daraufhin wird er dann in dieses Portal gekickt. Also geschickt, nicht gekickt. Genau. Und als er dann durch dieses Portal so durch ist, befindet er sich in Asgard, wo er dann auf Lady Sif trifft und die ihn dann bestraft für seinen Streich. Allerdings in einer Zeitschleife. Denn sie kommt jedes Mal, nachdem sie ihn zum zigtausendsten Mal in die Eier gedreht hat und in eine verpasst hat, kommt sie wieder und spricht ihren Text wieder ab. Also hier, was hast du getan und so weiter und so fort. Und da habe ich einen netten Funfact, weil dieser Streich von diesem abgeschnittenen Haar, den gibt es tatsächlich auch in den Comics. Also ähnlich, nicht ganz so wie hier in der Serie dargestellt. Weil ursprünglich hatte Lady Sif in den Comics wunderschönes, lockendes, goldenes Haar. Und Loki, äh, Loki sag ich schon, Loki. Und Loki war eifersüchtig auf diese Haarpracht und schnitt ihr das Haar im Schlaf ab, wodurch diese Haare dann schwarz wurden. Und deswegen hat Sif ihn dann bestraft. Hier ist es jetzt anders. Wir kennen ja Lady Sif schon aus den Thor-Filmen und sie hatte schon immer schwarzes Haar in den Filmen. Lady Sif ist in den Comics ja auch kurzzeitig von Loki übernommen worden. Das ist in den Comics ja die weibliche Loki. Außerdem wollte man uns da vor Augen halten, ja, Lady Sif existiert noch. Die wurde auch schon für Thor 4 angekündigt, dass sie da dabei ist. Genau. Weil sie halt viele Leute gefragt haben bei Thor 3, wo ist eigentlich Lady Sif? Äh, wäre die dabei gewesen? Lady Sif wäre gestorben. Ja, tatsächlich, ja. Ist halt, ist halt leider so. Aber damit ist sie so die Erste, die sowohl bei Agents of S.H.I.E.L.D. in den MCU dabei war und in den aktuellen Marvel-Serien. Und trotzdem hat Kevin Feige das aberkannt. Ja, gut, darüber brauchen wir nicht. Nee, ist halt Feige vom Kevin, aber wann immer wir drauf rumhacken können, das wird mal kurz erwähnt. Ich finde halt die Idee witzig, dass du TVA, also dass auch die Bestrafung dann so pervers mit Zeit dann stattfinden kann. Einfach so eine Zeitschleife, wo jemand dann für einen Streich bestraft wird. Und das wiederholt sich so lange, bis er aus diesem Raum wieder rausgeholt wird. Das finde ich schon witzig. Ich fand das auch lustig, wo Loki dann sagt, ja, oh, ich weiß, was als nächstes passiert ist. Ich habe mich in die Badewanne gelegt und habe mir darüber keine Gedanken mehr gemacht. Richtig, richtig. Ich hatte das Gefühl, dass es auch so ein bisschen was vom Höllenkreis hat, wenn man in so einem Höllenkreis der Hölle ist. Und dann wiederholt sich ja die Strafe auch immer und immer wieder. Und das haben wir hier praktisch jetzt in Zeitschleife mitgelegt. Naja, oder wie war Dr. Strange? Ja, genau. Dormammu. Dormammu, genau. Dass er selbst den weich machen kann. Und jetzt sehen wir ja auch, dass das einen Loki auch allmählich dann weich macht. Also er versuchte ja trotz allem immer wieder mit ihr zu verhandeln. Aber er entschuldigt sich letztlich. Also das ist schon ein Sieg. Und sie wird ja auch immer zögerlicher mit Till in die Weichteile. Ja, richtig. Also mich wundert es, dass er am Schluss nicht so... Vielleicht ist er ein Echsenmensch und kann sich das wieder nachwachsen lassen. Wer weiß. Okay, ich glaube, du weißt nicht, wie Echsenmenschen funktionieren, aber lassen wir das? Nein, aber Echsen verlieren ihre Schwänze und können die nachwachsen lassen. Ich weiß, ich weiß. Okay. Bio-Unterricht, sechste Klasse. Machen wir mal weiter. Also, wir sind jetzt im Büro von Renslayer und Mobius kommt zu ihr ins Büro und möchte, also oder bittet sie, Sylvie verhören zu können oder zu dürfen. Und sie lässt ihn aber einfach nicht. Sie will ihn schützen, sagt sie ja immer. Sie findet sie einfach zu gefährlich und möchte ihn einfach nicht opfern, letztendlich. Ja, und auch hier haben wir wieder ein kurzes Zögern. Also Mobius wird ganz schön unter Druck gesetzt, so ein bisschen, was seine Zuordnung hier angeht. Und tatsächlich fällt auch hier wieder das Wort, hören sie doch lieber ihren Lieblings-Loki. Die Lieblingsvariante, sagen sie. Lieblingsvariante, genau. Und das ist schon fast ein Running-Gag durch die ganze Serie, dass es immer heißt, er soll mit seiner Lieblingsvariante reden. Richtig. Ebenfalls verlässt er dann das Büro und versucht dann trotzdem zu Sylvie zu kommen, die aber bewacht wird von einigen Wachen, unter anderem aber auch B-15, die schon ganz nervös vor dem Time Theater, also vor diesem Verhörraum steht. Und im Gespräch erwähnt dann Mobius, die Kree oder die Kree, die Titan und die Vampire. Was ich ganz interessant finde, warum er das jetzt an der Stelle erwähnt, weil die Kree, ja klar, kennen wir schon mittlerweile aus dem MCU, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Die Titanen, die Titanen, für die, wo nicht wissen wir, Titanen sind, Thanos zum Beispiel ist ein Titan. Und auch das ist dann interessant zu hören, weil wir ja auch schon die Infinity-Steine mehrfach gesehen haben. Kann es sein, dass jetzt Thanos oder Varianten von Thanos schon in der TVA da waren? Auf der anderen Seite gibt es... Sagen sie ja. Ja, klar, macht auf jeden Fall Sinn und erklärt auf jeden Fall, woher die ganzen Infinity-Steine herkommen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch noch mehrere Titanen. Also es gibt natürlich auch den Bruder von Thanos, Eros, und den Vater von Thanos, Alas. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sie die hier in der Serie oder so damit andeuten möchten, sondern wirklich Thanos an sich. Und dann werden noch Vampir-Varianten erwähnt, was dann halt in so einem Nebensatz die Tür für Blade aufstößt. Richtig. Das ist halt jetzt das Interessante, dass wir merken, da gibt es nicht nur Varianten von Loki, sondern von dutzend anderen Menschen. Ich hatte schon so leichte Bedenken, ist jetzt Mobius auch eine Loki-Variante? Na, anscheinend dann doch nicht. Ja, das stand ja mal kurzzeitig im Raum, ja, richtig. Ja, krasser Gedanke. Ich habe da nie dran geglaubt, aber okay. Ich habe ja letzte Folge gesagt, man darf einer Loki nicht zu 100% glauben. Vielleicht ist da 70, 85% Lüge und 15% Wahrheit drin. Ja, richtig. Gut, B-15 möchte dann von Mobius noch wissen, ob Loki irgendwas meinte oder irgendwas rausgehauen hat zu diesem Vorfall. Und Mobius meint dazu nur, ja, er sagte halt, dass die TVA uns alle belügt. Und da sieht man im Gesicht von B-15 oder B-15, Entschuldigung, ich sage immer im Englischen B-15, dass sie diese Aussage, ja, treffen würde ich jetzt nicht sagen, aber sie macht was mit ihr in dem Moment, die Aussage. Brodelt in ihr. Genau, es zeigt einfach, dass da schon irgendwie bei ihr so eine Unsicherheit mittlerweile herrscht. Nein, die Unsicherheit ist die ganze Zeit schon da. Ja, aber man sieht es an ihrem Gesichtsausdruck halt in dem Moment wieder. Ja, das ist es, was es so ein bisschen triggert und dadurch bringt man die Unsicherheit damit dann als Schlüsselreiz so ein bisschen in Verbindung, würde ich sagen. Also, im Prinzip wird hier die halbe TVA mit Gedankentricks auseinandergenommen in der Folge. Ja, ja, genau. Und dann gibt es wieder einen Schnitt zu Loki und Lady Sif. Also, in der Zeit muss schon wieder 5000 Mal die Situation wiederholt worden sein. Und er kommt zu einer Selbsterkenntnis und möchte halt diesen Tritt in die Weichteile ausweichen und entschuldigt sich. Also, das hattest du ja vorhin schon erwähnt, Olli. Ja, sorry. Ja, kein Thema, ist alles gut, alles gut. Und entschuldigt sich und man merkt, dass diese Situation jetzt anders verläuft, als sie jetzt die zigtausende Mal davor verlaufen ist. Ja. Mittlerweile müsste Loki eigentlich so blau geschlagen sein wie ein Eisriesen. Also, er müsste jetzt eine Eisriesenpläue von den Filmschlägen, die er bekommen hat. Ja, oder der Kopf müsste so groß und rot sein vor Schmerz. Aber ich meine, man hat ja hier und täglich grüßt das Murmeltier in einer Nussschwale, wenn man so will. Und durch seine eigene Wandlung wendet er quasi diese Bestrafung auch so ein bisschen ab. Das ist schon interessant, wie das innerhalb einer kurzen Szene eigentlich verdeutlicht werden kann, ja. Er mildet die Bestrafung deutlich ab, dann kommt der Zeitschleife nur doch nicht so ganz, was eben auch passend zur Serie passt. Genau. Und die Situation wird dann von Mobius unterbrochen, weil er stoßt dann zu ihm und möchte mit ihm reden, beziehungsweise verhört ihn ja, wie das jetzt die ganze Geschichte ablief mit Sylvie und ihm. Wo, oder in dem Moment, ja, Loki dann nicht mit der Wahrheit wieder rausdrückt, sondern er erfindet wieder eine Geschichte, dass es von Anfang an geplant war und sie das alles schon vor Jahren miteinander ausgemacht haben. Also, er erfindet praktisch gerade in der Geschichte und das merkt Mobius, er ist ja nicht doof, der Mobius. Der merkt, dass er gerade wieder eine Lügengeschichte erzählt bekommt. Und er triggert ihn halt damit, zu sagen, euch zu, wenn du mit mir nicht richtig reden willst, kann ich dich gerne wieder zu Lady Sif schicken. Kein Thema, alles in Ordnung. Und ja, da merkt man halt an den Umschwung bei Loki, der sagt, nein, 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 okay, 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 ist in Ordnung, ich rede jetzt, Tacheles, ich sage ihnen ja, was jetzt Sache ist. Und in diesem Gespräch droppt nebenbei so ganz zu, also nicht zufällig, ganz so lapidar, also so nebenbei, dass Sylvie neutralisiert wurde. Und da merkt man bei Loki dann wieder, es ist ihm doch nicht so egal, wie er gerade gesagt hat, dass, ach, die Variante, die war eh unbesetzt oder schlecht. Und es ist mir völlig egal, was mit dir passiert. Aber in dem Moment merkt man, doch, da ist was. Es ist aber auch, wie Mobius überhaupt in diesen Raum tritt, schon dieses No-Bullshitting, also jetzt einfach Tacheles, sag mir, was Fakt ist. Also das ist schon mal, also er ist auch in dieser Szene wirklich gewandelt, dass er wirklich sagt, komm, ich spiele jetzt keine Rolle mehr, um dich zu überzeugen, sondern du sagst mir jetzt, was Phase ist. Er benutzt eigentlich sogar Lokis dreckige Methoden gegen ihn und der weichgeklopfte Loki kippt ihm in dem Moment, was er will. Ja, richtig. Und ja, Loki ist natürlich schockiert über diese Nachricht über Sylvis Tod, aber er überspielt es. Und das erkennt Mobius, haben wir ja gerade schon gesagt, aber er erkennt halt auch in Loki dieses Überspielen und fängt dann einfach an zu lachen. Und da erfahren sie dann auch, erfährt Loki dann auch wieder im Gespräch, dass sie doch noch lebt und dass er ihn einfach damit nur kitzeln wollte. Also so ein bisschen, so, ja, wie du schon gesagt hast, Patrick, mit seinen eigenen Mitteln praktisch schlagen. Ich finde auch den Satz so cool, also Loki ist so narzisstisch, dass die einzige Person, in die er sich verlieben kann, er selber ist. Er selber ist, ja, richtig, richtig. Loki versucht dann im verzweifelten Versuch, ihn noch zu überzeugen oder ihm mitzuteilen, dass in der TVA alles Varianten sind und Mobius schlägt das einfach so ab mit, ja, ja, netter Versuch. Und dann wird Loki halt wieder ins Portal geschickt. Aber er hat da diesmal sichtlich Freude, der gute Mobius. Ja, ja, richtig. Er wirkt auch ein bisschen aufgelöster, finde ich, und ein bisschen, ja, aufgeheizter als in den Folgen davor. Das habe ich ja in der letzten Folgen auch gesagt. Er wirkt immer sehr gelassen und abgehärtet oder einfach cool. Und ist immer in diesen ruhigen, ganz seichten Stimmungslage. Und hier merkt man auch, hier spricht er mal schneller oder auch mal fordernder. Also man merkt hier schon, dass ihm das jetzt alles scheißegal ist. Er soll endlich mal mit der Wahrheit rausrücken. Es hätte nur noch gefehlt, dass er auf den Tisch gehauen hätte. Ja, genau. Gut, dann die nächste Szene. Wir sehen B-15 in einem Flur stehen, die ein Poster beobachtet. Also im ersten Moment beobachtet sie das Poster noch nicht. Aber sie dreht dann den Kopf zu diesem Poster und ist halt sehr nachdenklich und aufgelöst. Und der Typ auf diesem Poster ähnelt, finde ich, sehr stark Victor Timely. Wer ist Victor Timely? Victor Timely ist ein AK oder eine andere Version von Kang, dem Eroberer. Den hatten wir in einem Comic gesehen. Und mit diesem Aussehen hat er versucht, mal wieder die Welt zu erobern. Und ich finde, man könnte sagen, okay, er hat ein bisschen Ähnlichkeit. Aber ich würde sogar sagen, der hat nur ein bisschen Ähnlichkeit. Er hat extrem viel Ähnlichkeit mit dem aus dem Comic. Ja, aber den Comic habe ich halt so ein bisschen gedacht. Er ist so ein bisschen die Zeitreise-Variante von ist nur gut. Er versucht es immer, scheitert aber mit Skarao. Ja, genau. Und nachdem sie dieses Poster halt strenger beobachtet hat, hat sie jetzt einen Entschluss und geht halt zu Sylvie rein. Und erst macht sie ja noch ihren Stab an hier, um sich vielleicht selbst verteidigen zu können. Öffnet ein Portal und sagt zu Sylvie einfach nur, komm mit. Sylvie sagt aber interessanterweise noch zu ihr, ich erkenne deinen Namen nicht oder deine Zahl nicht. Deine Nummer. Deine Nummer nicht, genau. Wie gesagt, ihr seid alle Nummern. Im Prinzip hat sie damit recht. Gerade in der Folge ist es mir aufgefallen, dass viele der TVA-Mitarbeiter oder auch der Minutemen extrem was von Sturmtrupplern haben. So leicht, wie man die ausmanövrieren kann. Ich meine, das Ding ist bewacht und die eine stimmt wie den dreien. Ja, okay, mach mal. Auch so ein bisschen leichtgläubig wie die Sturmtruppler. Wenn man zwei Leute vor dem Fahrstuhl platziert, wo die Timekeeper angeblich draußen oder ihr Anhörungsraum haben. Oder auch, dass ein Kind vor denen fliehen kann. Also es ist ja nicht nur, dass Ravensclaw ausmanövriert wurde. Auch diese Sturmtruppler da, die haben nichts gemacht und die hätten sie auch niederschießen können. Nö, die haben zugeschaut dabei. Die sind gerade so dumm, wie das Drehbuch das von denen verlangt. Und das ist halt deren Problem, dass sie eine Nahkampfwaffe haben. Ja, aber wenn so viele fliehen, dann kann man doch auch auf Pistolen irgendwie umsteigen und denen ins Bein schießen. Ich meine halt, das hat alles halt einen Grund, dass sie eben eine gewisse Behinderung haben. Das hat alles irgendwo System. Das ist nicht diese Unvollkommenheit, wo man nicht dran gedacht hat, sondern die hat System. Ja, was ich mich immer gefragt habe, ist auch, wie kontrollieren sie die ganzen Agenten und so, dass sie keine Erinnerungen mehr im Traum, weil gerade im Traum oder im Schlaf sind ja Träume so eine Vergangenheitsbewältigung. Und da kommen ja auch Erinnerungen hoch und so. Ist es dann wie bei, jetzt fällt mir der Filmtitel nicht ein, dass sie Pille schlücken müssen, um alles zu vergessen? Oder werden sie gezwungen irgendwie ihre Medikamente zu nehmen? Äquilibrium, meinst du? Äquilibrium, genau. Bei Matrix ist es doch auch die rote und die blaue Pille. Nee, das ist ja nicht das Unterdrücken der Erinnerungen und der Gefühle, das ist ja Äquilibrium. Matrix ist ja nur das Verlassen der unbewussten Realität oder Nicht-Realität. Richtig. Er muss die Pille bei Matrix erschlucken, damit sie ihn orten können, also dass er praktisch so einen Knall aussendet. Richtig. Bei Äquilibrium war es, um die Gefühle zu unterdrücken. Ja, und Mobius ist ja halt der, der auch immer von Jetski, der da irgendeine Verbindung sieht und das wird ja halt ein Fragment aus seinem früheren Leben gewesen sein. Genau, wo du übrigens bei Mobius bist, das ist nämlich schön, das ist nämlich die nächste Szene. Wir sehen nämlich Mobius und Renslayer wieder in ihrem Büro, wo er diese Fallakten unterschreiben muss und sie trinken zusammen ein. Mal wieder. Mal wieder, ja. Und Mobius bohrt so richtig schön weiter, also er lässt die Situation nicht einfach beiseite liegen, sondern er bohrt wirklich weiter, was mit C20 ist, warum er nicht zur Sylvie darf und die aushorchen darf und so. Und er merkt halt im Gespräch, irgendwas stimmt hier nicht. Das sagt er ja auch noch beim Rausgehen dann letztendlich oder kurz bevor er rausgeht. Irgendwas stimmt hier nicht oder passt hier nicht zusammen. Aber er klaut ihr das Template. Genau. Er startet nämlich dann dieses Ablenkungsmanöver oder Versuch mit diesem Schwert von Sylvie, in dem er sagt, ja, wo möchtest du dieses Schwert denn hinhaben? Und als sie dann zu diesem Regal geht und dieses Schwert ablegt, tauscht er dieses Template, genau. Und da sagt er doch, da geht der Platz aus. Ja, das sieht aus wie so eine reiche Bonsenvilla, wo noch extrem viel Platz ist. Die könnte sich einfach ein Regal noch hinstellen und da ihre weiteren Relikte sammeln. Da geht der Platz. Ja, der halbe Raum ist ohne Möbel. Glaube ich jetzt nicht. Oder sie könnte sich so ein, wie sagt man, begehbarer Kleiderschrank nur mit Sachen. Ja. Oder sie schmeißt es halt in irgendeine andere Dimension und lagert es dazwischen. Gut, dann gibt es einen Umschnitt wieder zu B15 und Sylvie, denn die zwei sind mittlerweile im Jahr 2050 wieder gelandet. Genau in dieser Situation, wo wir vor ein oder zwei Folgen schon mal waren. Nee, vor zwei Folgen. Vor zwei Folgen bei Ron's Card. Genau. Wo sie die erste oder den ersten Kontakt mit Sylvie hatte und hier diesen Mind-Controlling von Sylvie durchleben musste und möchte Aufklärung. Also sie möchte wissen, was sie mit B15 gemacht hat, ob das ein Trick ist, was das soll. Und Sylvie klärt sie halt auf, dass das ihre Erinnerung ist. Also sie gaukelt ihr nichts vor oder sowas. Das ist eine von ihrer Erinnerung. Genau. Also sie kann keine Erinnerung erzeugen. Das, was C20 gesehen hat, das war auch Teil ihrer Vergangenheit. Also können wir davon ausgehen, dass Sylvie auch Teil von ihrer Vergangenheit war, wenn man so will, von C20s Vergangenheit vielleicht sogar. Ja, jedenfalls zeigt Sylvie ja dann nochmal ein Stück aus ihrer Vergangenheit, also nochmal eine Erinnerung. Und man sieht oder man weiß jetzt, hat B15 kennt jetzt also schon die Wahrheit von der TVA. Also sie hat diese Wahrheit jetzt anerkannt, dass sie eigentlich eine Variante, oder was heißt eigentlich, dass sie definitiv eine Variante ist. Mhm. Beziehungsweise erstmal auf die Akte von C20. Und da ist eine Videodatei verknüpft und dieses, also diese Videodatei ist halt dieses Verhör von C20. Und in diesem Video sieht man halt, dass C20 sagt, ja, wir sind alles Varianten und ich hab's gesehen und meine Vergangenheit, Pipapo, kennen wir ja mittlerweile. Und in diesem Video sehen wir dann auch Renslayer, wie sie halt diese Videoaufnahmen. Ich frag mich sowieso, warum sie ein Videoverhör gemacht haben, aber egal, das ist ein anderes Thema. Damit es für mich umgesetzt ist. Ja, natürlich. Ja, jedenfalls sehen wir halt Renslayer dann in diesem Video und da scheint dann endlich ein Licht aufzugehen bei Mobius. Das Licht ist jetzt endgültig an. Das war jetzt davor auf Sparflamme. Aber jetzt, buh. Jetzt muss er halt direkt zu Loki hin, weil jetzt merkt er, oh scheiße. Jetzt muss er doch mit ihm ... Interessanterweise ist sein Licht angegangen, ohne dass ihn ein Loki die Erinnerung erweckt hat. Also das ist so aus ihm selbst heraus passiert, ne? Richtig, richtig. Das ist schon ... Also muss er ja ein extrem starker Charakter sein, weil er das ja wirklich selbst erarbeitet hat. Wir denken ja halt auch, dass dem mehrmals die Erinnerung ausgelöscht wurde und dass die dann immer wieder so ein bisschen geköchelt haben und da vor sich hin gewabert sind. Und dass er dann dadurch vielleicht wirklich immer wieder so etwas durchschimmern sieht, wie so einen nebligen Dunst. Richtig. Und dieses Selbst-Herausfinden, das ist für die nächste Szene auch sehr wichtig, weil Mobius kehrt ja zurück zu Loki, der ja wieder in Asgard in diesem Timeloop ist und möchte ... Oder spricht ihn halt drauf an und sagt ja auch noch, hat Sylvie C20 das eingetrichtert, diese Erinnerung, oder ist es wirklich eine Erinnerung von sich selber? Und bespricht halt mehr oder weniger schon mit Loki, ja jetzt weiß ich, du hattest recht und möchte ihn halt aus seinem Gefängnis befreien. Und als sie dann durch dieses Portal wieder zurück in dieser TVA durchschreiten, also zurück zur TVA durchschreiten, steht da schon Renslayer mit einigen Agenten. Ja. Weil sie ihm den Vertausch von dem Template bemerkt hat. Also gut, es hätte Mobius aber klar sein müssen, dass sie spätestens, wenn sie ihr Template wieder in die Hand nimmt, um irgendwas nachzugucken oder so, dass sie dann bemerkt, das ist ja gar nicht meins. Also das hätten ja bewusst sein müssen eigentlich. Ja, aber wo hätte er das in diesem leeren Raum großartig verstecken sollen? Ja, richtig. Unter welchen Möbeln? Ich sag's nur, der Raum ist so verdammt leer. Ja, richtig. Jedenfalls find ich's lustig, wie Mobius erst diesen ahnungslosen spielt. So, hä, was? Keine Ahnung, was ist los? Ja. Aber er, wie sagt man, springt ja ziemlich schnell rum. Also nachdem er dann merkt, okay, das bringt nichts, dass ich jetzt gerade in ahnungslosen Spiel, löst er halt das alles auf und sagt, dass er gern ... Also er weiß, dass er mittlerweile, oder er weiß mittlerweile, dass er eine Variante ist und er weiß auch, dass er in seinem eigenen Leben einen Jetski gern gefahren hätte oder sogar vielleicht einen in Besitz gehabt hätte. Er zitiert in dem Moment Renslayer. Sie hat ihn ja gefragt, in welcher Zeitlinie wärst du am liebsten? Und da hat er, dass sie ihn das gefragt hat, ja, ich wär am liebsten bei dir. Und jetzt knallt er in den Kopf, ja, ich wär am liebsten bei meinem Jetski. Gebt dem Mann seinen Jetski. Gebt dem Mann einen Jetski. Richtig. Und dann passiert was, mit dem wir alle, glaube ich, nicht gerechnet hatten. Nee. Ich hab gesagt, ich gehe davon aus, dass mindestens an Mobius umgebracht wird. Erinnere dich an ein paar Folgen zurück. Ja, ja. Weil ich gesagt hab, Mobius ist in den Comics, in der TVA sowas wie ein Minion. Da gibt's mehrere Kloneinheiten. Und ich hab damit gerechnet, aber die Szene war gut gedreht. Ja, also, ja, da gebe ich dir recht, dass du das gesagt hattest und dass das uns auch irgendwie schon klar war, aber dass das so schnell dann passiert. Das sind sechs Folgen. Ja, ja, ich meine jetzt in der Szene an sich schnell passiert, weil sie fängt ja gar nicht erst so an zu diskutieren oder ihm vielleicht irgendwie noch die Möglichkeit zu geben, irgendwie wieder zurückzukommen auf das normale Level. Sondern zack, stutzt ihn weg. Ja, ist halt auch die Frage, also, bei Ranslayer tut sich ja gar nichts. Also, sie kriegt jetzt von ihm zu hören, dass sie alle Varianten sind und so. Und ist halt die Frage, trifft das auf sie zu? Weiß sie das längst und so? Das ist halt für mich noch nicht ganz klar. Aber es lässt sie halt komplett kalt. Aber sie zuckt zusammen, als er gestutzt wird. Also, da zuckt sie schon zusammen, weil sie ihn irgendwie doch minimal mag. Aber all das, was er ihr an den Kopf knallt, das weiß sie. Loki ist in dem Moment halt richtig emotional fertig. Man sieht es richtig, dass er fassungslos ist, wie das gerade passiert ist mit Mobius. Weil man halt doch schon merkt, dass er ihn mehr oder weniger schon als Freund angesehen hat. Was ja im, also als Mobius ihn da rausgeholt hat in dem kurzen Dialog, ist es ja einfach nochmal bestätigt worden, dass sie Freunde sind. Also, es ist ja so seine Aufforderung. So, als Freund kommst du jetzt mit. Richtig. Jedenfalls gibt es da einen Umschnitt auf Sylvie, die ihn nämlich pitsche patsche nass auf ihrem Stuhl setzt. Rainslayer kommt dann in diesen Raum und sieht es halt, dass sie nass ist und denkt sich schon, hä, okay, hier ist was vorgefallen. Und er erfährt dann, dass B-15 in diesem Raum war und jetzt weg ist. Und sie sagt ja gleich zu ihren Begleitern oder zu diesen Wachen, B-15 ist jetzt auch eine von denen, die gesucht werden, weil sie auch jetzt von Sylvie manipuliert wurde. Ja. Genau. Und dann gibt es schon wieder einen Umschnitt und man sieht Sylvie und Loki zum Fahrstuhl gebracht werden. Also, man sieht, wie sie zu dem Fahrstuhl gebracht werden. Gott, mein Deutscher. Eskortiert werden. Eskortiert werden. Aber im Fahrstuhl selber sind da nur Loki, Sylvie und Rainslayer. Also, die wachen dürfen nicht mit. Was ich komisch finde, weil oben sind dann wieder Wachen, aber naja, ist egal. Und im Fahrstuhl möchte dann Sylvie von Rainslayer wissen, was ihr Grund eigentlich damals war für die Verhaftung. Also, warum sie als Kind verhaftet worden ist. Wo ja Rainslayer dann nur noch grinst und sagt, weiß ich nicht mehr. Also, sie weiß es schon. Man sieht anhand ihres Grinsens, dass das ihr schon bewusst ist, aber sie einfach Sylvie damit, ja, ärgern will oder so, sticheln will. Ich weiß es nicht. Einfach so. Ja. Die grinst dabei. Also, nö. Das ist wirklich so, ach komm, fuck it. Ja, so ein badass Move fast schon. Ja, lässt sie einfach kalt, ja. Ja, genau. Und nach dieser Fahrstuhlszene sind sie dann bei den Zeithütern. Also, in diesem Anhörungsraum, in diesem großen Raum. Und im Gespräch zwischen den Zeithütern und den Lokis oder Sylvie und Loki kommt dann auch irgendwann zur Sprache oder beziehungsweise ein Hüter sagt, du bist ja auch nur eine kosmische Enttäuschung. Genau. Und da möchte Sylvie dann vorstürmen, weil sie sich dann halt getriggert fühlt. Und wir haben ja vorher schon gesehen, die haben ja dieses Halsband, dieses Zeitzurücksetzungshalsband, also Handschellenprinzip der TVA, wo sie immer in diesen Zeitloop bringt, also immer wieder zurücksetzt. Und sie möchte vorstürmen und dieser Zeitloop wird gestört, weil in dem Moment halt B15 im Hintergrund, also aus dem Fahrstuhl halt rauskommt. Und durch einen Knopfdruck die Halsbänder von Sylvie und Loki löst. Genau. Und dann kommt es zu einem Kampf. Also, Kampf bricht aus zwischen Loki und zwei, glaube ich, waren es zwei Wächter. Ja. Mal wieder die zwei Wächter. Es sind immer zwei Wächter. Und die zwei Lokis. Richtig, richtig. Und Sylvie schafft es, einen Wächter ziemlich schnell auszuschalten und kämpft dann gegen Renslayer. Ey, ich erinnere nur an diesen Mobius-Vorfall. Er hat gesagt, es ist seltsam, dass Vampire, Titan und alles überlebt haben. Aber zwei Lokis, auch da wieder diese Zahl, zwei, schaffen es, diese Behörde halb aus den Angeln zu heben. Richtig, richtig. Und dann findet eben dieser Kampf statt, bei dem sich Renshaw dann auch irgendwann einklingt. Ja, genau. Die kämpft ja dann gegen Sylvie. Ja, jedenfalls haben die zwei dann alle niedergestreckt. Also, sie sind mal alle auf dem Boden und sind fertig. Und dann möchten sie halt auf die Zeithüter zugehen, wo der eine von den dreien, ich glaube der mittlere, sagt zu Sylvie, du bist auch ein Kind der Zeithüter. Also, er spricht nicht Variante aus, sondern er sagt, du bist ein Kind der Zeithüter. Und vielleicht ist das dieser Grund, dass die Sylvie auslöschen wollten, dass sie nicht so ein Eisriesenhybrid ist, sondern dass sie eine Variante ist, die von den Zeitwächtern gezeugt wurde. Und das würde doch erklären, wieso durch sie die Zeitachse so extrem aus den Angeln gehoben wird und dass sie dann am Schluss diese Bestimmung aufnehmen muss, damit die Zeitlinien doch wieder einigermaßen konsequent sind oder dass dann auf einmal die Multiversen durch sie existieren. Das würde das wirklich extrem erklären. Das macht durchaus Sinn, natürlich. Jedenfalls lässt Sylvie nicht mit sich reden, sondern köpft direkt einen. Ja. Und ich finde es schön, dass in dem Moment, wo sie den ja köpft, man hört, wie eine Maschine runtergefahren wird. Also wie so, wie so, wie sagt man, Animatronics dann ausgehen, weil sie die Stromzufuhr oder so verlieren. Man hört so richtig. Und es fliegen auch Funken extrem. Ja, genau. Und du hörst wirklich so ein dumpfes Doink. Richtig, richtig. Genau, und beim Untersuchen von dem Kopf, weil Sylvie, man sieht ja auch wieder an, dass sie das verwirrt. Komisches Geräusch, warum geht jetzt alles aus? Und dann untersuchen sie diesen Kopf und da stellen sie halt fest, dass die drei Zeitwächter nur Androiden waren. Also eigentlich dann nur wieder so wie bei im Disneyland Paris, so Animatronics, so einfach nur Figuren, die eigentlich nur keine wirkliche Bewandtnis haben, würde ich jetzt so sagen. Also diese Zeitwächter, die wir gesehen haben, die sind nur eine Täuschung der TVA. Da ist jetzt die Frage, was will die TVA vertuschen? Das unterstreicht doch schon wieder diesen absoluten diktatorischen Bösewichtscharakter, dass die denen was vorgelogen haben. Auch da haben wir schon wieder die Parallele zu Equilibrium. Die haben auch eine Lüge gelebt und wurden unterdrückt. Also die großen Vorbilder, die großen Science-Fiction-Vorbilder erkennt man hier durchaus an. Also wenn du sagst, eine Täuschung der TVA, meinst du durch die TVA oder für die TVA? Weil ich meine, Renslayer hat für mich nicht so gewirkt als, also sie war eher eher fürchtig in diesem Raum. Also ich glaube nicht, dass sie da irgendwie die Finger mit im Spiel hat. Nee, ich glaube für die TVA, weil gerade am Schluss wird ja sogar Renslayer dann ehrfürchtig, als sie, ah nee, da springen wir schon wieder vor. Es passiert ja zwischenzeitlich noch was anderes, aber am Schluss wird Renslayer ehrfürchtig und lässt erkennen, dass sie auch ein kleines Rädchen in dieser TVA-Maschinerie ist. Ja, also man hat, man hat ja bei diesem Verhör von C20, was sie ja vorhin erwähnt hatte, ja schon gemerkt, dass sie durchaus weiß, dass das alles Varianten sind. Sonst hätte sie ja nicht so reagiert, wie sie reagiert hat in diesem Videoverhör. Also sie weiß schon durchaus mehr wie andere, aber wir hatten ja auch gesehen, dass sie ehrfürchtig vor diesem Zeithüter hatte. Ja, von daher weiß sie vielleicht doch nicht alles, aber schon mehr wie alle anderen. Ja, also es wird sehr viel komplexer jetzt, ja. Sie ist ein Stück höher in der Hierarchie, sie weiß das, was sie wissen darf, aber sie weiß auch nicht alles. Genau. Und dann kommt es zum Gespräch zwischen Loki und Sylvie mal wieder, wo man merkt, dass Loki ihr was beichten möchte, also beichten extra in Anführungsstrichen. Ich glaube, er möchte ihr einfach nur seine wahren Gefühle gestehen und genau in dem Moment wird er von hinten neutralisiert. So, Patrick, du hattest mir heute Mittag geschrieben, dass das so ein bisschen die ... Wie bei der Tod ist, den er mit Agent Cousin in Avengers 1 gemacht hat, also der wird ja auch hinterhältig erdeucht. Richtig, von hinten erdeucht und dass das so ein Querverweis ist, richtig. Gut, Sylvie, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Sylvie extrem geschockt war. Also klar, sie hat diese Situation so, öh, was denn jetzt? Aber das ... Also im Vergleich vorher, wo Mobius neutralisiert worden ist und die Reaktion von Loki und jetzt wird Loki neutralisiert und die Reaktion von Sylvie ist nicht die gleiche wie bei Loki. Also sie ist erschrocken in der Situation, öh, was passiert jetzt? Aber sie ist nicht so, ja, wie nennt man das, getroffen? Ja, ja. Aber guter Vergleich. Sie ist emotional nicht ganz so involviert. Hat sie wahrscheinlich öfter gesehen. Und man muss ja halt echt dazu sagen, die Bindung, die Loki zu ihr hat, ist eine andere als die, die sie zu ihm hat. Also sie mag ihn nicht ganz so sehr, wie er sie. Ja, genau. Und wir sehen, dass es war Renslayer, der Loki neutralisiert hat. Und Sylvie nimmt sie daraufhin als Geißel, Gefangene. Also, wie sagt man da in dem Moment? Also sie ist keine Geißel in dem Sinn, aber sie bedroht sie, bedroht sie halt mit dem Stab und sagt dann nur noch, erzähl mir jetzt alles, was du weißt, dass ich jetzt auch Bescheid weiß, um was es hier jetzt eigentlich geht oder was hier abgeht. Sekunde, das klang grad verwirrt. Also Sylvie schafft es, Renslayer den Stab zu entnehmen und droht sie, genau. Genau, 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 genau. Sie wird überwältigt und jetzt will sie von Sylvie alles wissen. Und jetzt ist Sylvie so ein bisschen, äh, nee, Renslayer so ein bisschen eingeschüchtert. Ich glaub zum ersten Mal überhaupt in dieser Serie. Ja. Und sagt quasi, sie weiß ja gar nicht, worauf sie sich da einlässt. Also ich glaub, nächste Woche sehen wir dann die richtigen Zeitwächter und nicht die Disneyland-Attrappen. Ja, richtig. Das kann schon sein. Und dadurch wird sie wahrscheinlich auch nächste Woche so dieser Haupthandlungsstrang sein, der Hauptcharakter. Während mit Loki das passiert, was wir in der After-Credit-Szene sehen. Oder Mid-Credit eigentlich. Da wollte ich jetzt drauf zu sprechen kommen, weil eigentlich ist ja jetzt die Folge zu Ende, weil wir sehen die End-Credits, also wieder dieses, ja, so Einzeiten aus der TVA, so Situationen und Objekte. Und dann kommt aber eine Post-Credit-Szene, genau. Und da sehen wir, wie Loki erwacht. Also grad unseren Loki, den wir grad noch neutralisiert gesehen haben, oder wie er sich auflöst, der erwacht plötzlich. Und vor ihm stehen vier weitere Lokis. Ja. Krokodis, Loki, Richard, vor allem mit diesen albernen Helmen, dieses Krokodis, das hat mich geklebt. Krokodis, also vollständigkeitshalber, wir sehen einen farbigen Loki mit einer Art Hammer, Bosshammer, genau. Wir sehen Kid-Loki, also Loki als Kind. Wir sehen einen Krokodil mit einem Loki-Helm auf. Ja. Stehe ich ja am lustigsten eigentlich in der ganzen Truppe. Und einen älteren Loki, wie du schon gesagt hast, aber er hat dieses, er hat nicht so ein schönes Kostüm, sag ich mal, sondern wirklich dieses klassische, alte Comic-Kostüm an, wo man sagen könnte, das sieht aus wie ein Cosplayer. Das ist dieses klassische Narrenkostüm und das ist Richard E. Grant, den ich letztens erwähnt hab, wo ich dachte, der spielt den alten Loki. Nein, das sind alles Loki-Varianten, die aber jetzt wie Sylvie nicht von Tom Hiddleston gespielt werden. War ich auch überrascht, weil uns erst wahrgemacht wurde, hm, die sehen ja alle aus wie Tom Hiddleston. Tom Hiddleston, richtig. Was aber jetzt definitiv ja nicht so ist. Ja. Was ich auch interessant finde in dieser Szene ist, wir sehen im Hintergrund ein zerstörtes New York, weil wir sehen rechts den zerstörten Avengers Tower und halt einen Haufen Hochhäuser zerstörte. Und mir kam dann in dem Moment die Frage, okay, zerstörtes New York, okay, Loki hat wahrscheinlich gewonnen, aber eine andere Frage, wo mir aufkam, ist, die Leute, wo neutralisiert werden, die wurden ja dann letztendlich nicht getötet, sondern sind ja dann irgendwo auf einer anderen Zwischenebene oder so und existieren weiter. Oder sind das nur die Lokis, wo... Achtung, da kommt ein wichtiger Satz, der wird gesagt, nachdem er erwacht wird, du hast nicht viel Zeit. Ich glaube, die sind in so einer Art Zwischenreich, wenn sie das nicht schnell genug verlassen, bleiben sie wie die Toten in manchen Mythologien in diesem Zwischenreich gefangen. Ja. Aber die können auch direkt ins Jenseits wandern oder über Tricks vielleicht doch noch unter die Lebenden gehen. Das heißt aber auch, dass unser Mobius noch nicht so verloren ist, wie wir denken, weil er vielleicht auch in diesem Zwischending ist. Genau. Ich denke einfach, das ist eine Zwischenwelt, in der er so... Ist das dann dieser Kratos-Move aus God of War? Weil Kratos war ja in den Spielen, es gibt ja vier oder fünf Teile mittlerweile, der war ja auch schon zigtausmal tot und ist immer wieder aus dem Hülkenkreis rausgekommen und hat dann wieder die Götter zerstückelt. Ist das dann der gleiche Move? Das ist der gleiche Move, das bedient sich ja auch so ein bisschen an der nordischen Mythologie. Auch Hercules ist nicht nur einmal von den Toten wiedergekommen. Ja, richtig. Also gerade das ist so klassischer Heldenstoff, nur dass es jetzt Loki durchmacht. Also ich bin gespannt auf, welche Varianten er jetzt noch trifft. Ob wir jetzt Mobius sehen, wie er auch ein Dutzend Mobius so trifft. Ja, oder Welcome to the Loki-Verse, wer weiß. Ja, aber nee, interessant ist es, weil meine Vermutung war von Anfang an schon, dass diese Stöcke, ich meine, das ist die TVA, also das muss irgendwas mit Zeit zu tun haben, also dass diese Stöcke, die nicht pulverisieren, sondern sie werden einfach nur auf irgendeinen unbedeutenden Nebenstrang teleportiert oder irgend sowas, wie sie den Hauptstrang nicht mehr beeinflussen können. Das war halt meine Vermutung, aber ja, so grob haben wir die Richtung wahrscheinlich. Richtig, richtig. Ich habe mir nämlich im Nachhinein immer dann oder dann noch überlegt gehabt, warum sagen die nicht neutralisieren oder löschen oder weiß ich was, sondern sagen gestutzt. Könnte natürlich zu deiner Variante dann besser passen, sie werden gestutzt, das heißt sie werden von dem Zeitstrang getrennt, dass sie da halt nicht mehr einwirken können oder so. Naja, nee, das Gestutzt, das ist eher so diese Anlehnung an, wenn du einen Zweig abschneidest und es geht ja darum, dass der Hauptstrang nicht verzweigt werden darf, ja. Bessere Darstellung, ja, richtig. Wir haben doch dutzend Mal diese Abzweigungen gesehen, die die Lokis ausgelöst haben. Mhm. Und das wäre ja jetzt wirklich strunzdumm, wenn sie all die Lokis zusammen in einen anderen Zeitstrang werfen. Wir haben ja gemerkt, was das ausmacht, wenn zwei Lokis aufeinandertreffen, wenn die jetzt alle auf einen Zeitstrang quasi schmeißen. Das wäre so ein Armageddon mal 1000. Naja, es muss ja nur ein Zeitschrank sein, der mit der Hauptlinie nie in Verbindung steht, dann ist es denen ja egal. Und du weißt ja die echten Motivationen gar nicht, die jetzt hinter den Redelsführern, hinter der TVA stehen. Ich meine, du wahrscheinlich schon, weil du die Comics kennst. Aber ich meine, so der normale Zuschauer würde sich jetzt vielleicht so ein paar Fragen stellen, dass da ganz andere Intentionen hinterstehen. Aber wahrscheinlich nicht die, die uns bisher vermittelt wurden. Ich erwähne es nochmal, in den Comics ist die TVA deutlich ambivalenter. Die ist nicht so klassisch in diesem Gut-Böse-Chema verankert, sondern die versuchen wirklich zu verhindern, dass die Zeitstränge sich da nicht ganz so überlappen oder dass man Zeitanomalien beseitigt. Aber diese TVA zeigen ja wirklich so diese klassischen Bösewicht-Motive. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass es auch in der Serie eine echte TVA gab, die das wirklich mal gemacht hat, die aber jetzt längst unterwandert wurde und entfremdet wurde von dem, was sie ursprünglich mal hatten. Da wurden sämtlich Mitarbeiter durch irgendwelche Varianten ersetzt und schon kann man eine andere Richtung einschlagen. Und wer würde sich da viel besser anbieten als der schon angekündigte Kang? Ja, genau. Richtig. Gut, ich brauche Spekulationen gar nicht ansprechen, das haben wir gerade getan. Ja. Sehr schön. Ich bin sogar, ich habe sogar fast die Vermutung, dass wir hier in Folge, also nicht hier, sondern in der nächsten Folge 5 vielleicht auch Loki vor Präsident sehen. Wenn wir jetzt schon mehrere Varianten zusammentreffen, also von Loki, dass es da vielleicht zu dieser Loki vor Präsident Geschichte auch kommt. Ich denke auch, dass dieser Loki sich zum Alpha-Loki entwickelt, also Tom Hiddleston und dann eine Reihe Lokis anführt und mit denen dann aus der Zwischenwelt dann ankommt und die TVA zerstampft, während Lady Loki da die Zeitlinien begradigen muss. Gut. Noch jemand eine Spekulation? Ansonsten würde ich auf Fazit und Bewertung kommen. Ja. Ja? Okay. Gut, dann machen wir einen kleinen Fazit über die eine Folge und ich würde sagen, wir geben heute als Bewertung abgeschlagene Androidenköpfe. Oh Gott, ja. Gut, und da du unser Gast bist, Olli. Ja. Oder hättest du lieber einen Tritt in die Weichteile? Nee, lieber nicht. Stimmt, wir können jedes Mal zurückspulen. Nee, ihr habt eigentlich alles sehr gut angerissen und wie ich anfangs erwähnt habe, für mich waren so, die ersten drei Folgen so ein bisschen beliebig. Es waren zwar schöne Sachen dabei, aber es hat mich nicht so richtig gecatcht. Aber diese Folge, die hat jetzt endlich mal gezeigt, in die Richtung geht es, also zumindest für mich, dass ich wirklich gesagt habe, jo, und ich ahne jetzt auch schon, wie das dann an die Filme anknöpft. Also diese Serie ist wahrscheinlich sogar sehr viel wichtiger als die anderen beiden davor für, fürs MCU. Und ja, ich fand die hervorragend. Das Pacing, gut, das hat jetzt bei dem Recap, man hat gesehen, die Szenen haben sehr hin und her gesprungen. Manchmal nur zwischen zwei Schauplätzen, aber es hat Sinn ergeben, wenn man die Handlung verfolgt. Insofern, das hat super funktioniert. Schauspielerisch war es auch okay, gerade weil wir durch Dialogszenen auch sehr viel mehr Charakterisierung von gerade den Leuten von der TVA hatten, was auch sehr wertvoll war. Wir haben eine Fallhöhe innerhalb dieser Folge bekommen, die auch gewirkt hat. Ja, insofern muss ich sagen, ich bin bei vier Androidenköpfen von fünf möglichen, ja. Cool. Patrick? Ja, ich bin dieses Mal auch bei der vier, das Pacing stimmt, also es ist die richtige Mischung aus Dialogen. Auch die Sprünge, wo wir uns bei allen anderen Serien so aufgeregt haben, diese Sprünge zu den Locations, die haben dieses Mal Sinn ergeben, die hatten fast alle Relevanz, wo wir nicht gesagt haben, ey, wieso habt ihr diese Szenen da nicht aneinander geschnitten? Dieses Mal hat das für eine gewisse Dynamik in der Folge gesorgt, für so ein gewisses Tempo. Und auch, dass richtig viel übles Zeug passiert ist und man spekulieren konnte. Ich hatte in den besten Momenten ziemliche Doctor Who-Vibes und das meine ich in dem Moment wirklich als Kompliment. Aber auch, dass die Leute ihre Charaktermomente bekommen haben. Also in der Folge war die Mischung, die wir uns von Loki wahrscheinlich die ganze Zeit erhofft haben. Und das auf einem ziemlich guten Level. Also ja, vier von fünf Androidenköpfe. Ich find's krass. Noch nie in der Recap-Geschichte von unserer Reihe waren die Sprecher, alle drei, sich einig. Ich geh da voll mit euch. Ich stimme zu jedem Punkt, den ihr hier angebracht habt, stimme ich zu. Also vollkommen. Bin auch bei meinen vier von fünf zerstörten oder abgeschlagenen Androidenköpfe. Weil ich sagen muss, ja, die ersten drei Folgen, die haben mir gefallen. Und da bin ich auch immer so geschwankt zwischen 3,5 und 3,75 und so. Aber hier bin ich wirklich, sie war durchgehend schön inszeniert. Und man hat nie Langeweile bekommen. Man wollte immer wissen, wie es weitergeht. Dann kam eine kleine Kampfszehn. Also es war eine richtig schöne Waage. Und sie hat mir richtig gut gefallen. Und so wie der Olli auch schon gesagt hat, jetzt weiß man, worauf es hinausgeht. Oder wo es hingehen soll, die Geschichte. Und ich freu mich einfach schon auf die nächste Folge. Kann ich dazu nicht sagen. Also ich bin echt mehr als gehuckt. Wir können sagen, in der Folge waren wirklich viele Easter Eggs auch für MCU-Fans. Versteckte konnten wir hier alle nicht aufdröseln. Sonst wäre der Cast locker über zwei Stunden oder so gegangen. Richtig, richtig. Und wir sind jetzt schon über der Zeit. Deswegen komme ich jetzt schon auf unsere Shownotes. In unseren Shownotes findet ihr Links zu BuyMeYourCoffee und Paypal. Da könnt ihr uns eine kleine Spende zukommen lassen. Oder einen kleinen Scooty, das uns sehr gut tun würde. Denn solche Recaps oder auch solche Projekte finanzieren wir alles aus eigener Tasche. Und wenn wir so kleine Spenden bekommen, können wir natürlich solche Projekte verwirklichen oder noch mehr verwirklichen. Also damit tut ihr uns natürlich auch was Gutes. Auch was Gutes tut ihr mit Likes. Also wenn ihr uns auf allen möglichen Plattformen liked. Zum Beispiel iTunes, mittlerweile heißt das Apple Podcast. Also eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Da bitte liken. Das tut uns auch sehr gut. Dann findet ihr auch Social Media Links, wo ihr natürlich uns anschreiben könnt, wenn ihr Fragen habt. Oder wenn ihr mit uns in Kontakt treten möchtet, könnt ihr das gerne durch Kommentare und so machen. Gut, dann ist es Zeit für die Verabschiedung. Ich sage, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Besprechung, Olli, dass du heute unser Gast war. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Habe ich gerade eben schon mal gesagt. Ist egal. Und wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag oder schöne gute Nacht oder einen wunderschönen guten Morgen. Und ich bin in diesem Sinne raus und überlasse dann euch zwei noch das letzte Wort. Bitteschön. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Und auch wenn ich nicht viel gesagt habe. Und übrigens, Kroki kommt nicht von mir. Das kommt aus dem Internet. Also muss ich jetzt noch disclaim. Okay, dann ciao. Ja, ciao. Und ich finde es gut. Also gerade die Zeit variiert hier durch die Mittwochsveröffentlichung ziemlich. Aber ich hoffe, wir bekommen das halbwegs gut gestimmt. Also danke, Leute, fürs Zuhören. Ciao. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.